Ich freue mich drauf, mit euch hier die Nacht verbringen zu dürfen, weil die wird noch sehr, sehr lang. Und auf geht's, ab geht's. Immortals gegen Luminosity, auf geht's in die Nightfront. Wer kann die Seite für sich entscheiden? Ich denke sogar auf Overpass eigentlich eine gute Wahl, auf der CT-Seite zu starten. Beide Teams eigentlich sehr, sehr T-stark. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wenn man am Ende welche Seite picken wird. Aber im Idealfall oder im Normalfall sollte eigentlich der Gewinner der Nightfront hier auf der CT-Seite zu starten. So, da gibt's direkt Braveheart, auf geht's, ab geht's, rein. Und am Ende kann das im Grunde aus der Tiefe sich entscheiden, nachdem man hier den Braveheart-Fight gewonnen hat. So, damit geht es gleich los. Und wie gesagt, das Brasilianische Duell, ich denke mal, das wird viel auf die AWP hinauslaufen. Was haben wir in den Equipment bei Luminosity dabei? Zwei Flashbanks! Kein Deathkit. Und eine 5-7 wurde für Showtime gelegt. Also PKL legt da seine Maid eine 5-7 mit Kevlar. Auf der anderen Seite haben wir bisher noch gar nichts gekauft bei Immortals. Nutzen die Zeit, doch zu überdenken, was man da gegebenenfalls machen möchte. Also ich freue mich auf eine spannende Partie. Beide Teams hier mit einer guten Chance zu gewinnen. Eigentlich so ein 50-50-Ding auf Overpass. Wie gesagt, es wird viel von der AWP-Performance abhängen, von den beiden. Und Henni ist da natürlich eindeutig die erfahrene AWP. Aber natürlich, jede AWP kann die Muskeln spielen lassen auf der CT-Seite hier. Sei es durch gute Mitte-Kontrolle oder durch gutes First-Pick-Verhalten da Richtung Brunnen, beziehungsweise Richtung Lang. Aber natürlich können auch die Immortals hier mit der AWP auftrumpfen, indem sie hier die Eröffnung suchen. Und habt ihr gesehen, oben auf den Schildern sind PGL-Logos von meiner. Krass. Cool. Sehr coole Sache. Mal ganz kurz gesehen. So, ihr könnt natürlich immer noch mit mir kommunizieren. Das Ganze über das Hashtag 99Major. Könnt ihr mich gerne die ganze Nacht wachhalten mit netten Memes oder mit netten Clips oder was auch immer. Wir werden da versuchen, alles hier auf dem Stream auch zu zeigen, weil wir haben ja zwischendurch ja auch immer so eine kleine Pause. Und damit geht es jetzt los. Luminosity gegen Immortals. Und es geht erstmal schnurstracks Richtung Baseball. So, und da wird auch direkt Vollgas gegeben. Destiny mit der Information, Showtime kriegt da gleich gut zu tun, zieht sich aber hier direkt zurück und steht erstmal komplett alleine. Aber sie haben eine ziemlich gute Situation, dass sie jetzt komplett mit drei Leuten das Ganze über kurz nicht machen können. Destiny zieht hier über den Monstergang und muss eigentlich das Duell gewinnen und kann es für sich entscheiden. Drei gegen, oh, sogar zwei gegen fünf Situationen. Was ein guter Retake hier von Luminosity. Und die Immortals, die werden komplett auseinandergenommen mit einer schnellen Rotation hier über den Connector und dann über kurz hier einfach das Ding dicht gemacht. Gut war, dass Destiny das Ganze da Richtung Monster gewinnt. Und damit kann man hier die Runde entscheiden. Showtime kommt da auch nochmal sehr, sehr gut raus. Der zieht sich halt komplett zurück aus dem Wasser, springt nochmal zurück, nutzt die Smoke als Backup. Und kann da mit seinem Team in den Angriff gehen. Schöne Runde da von Luminosity. Und damit geht es jetzt erstmal hier natürlich nebenbei. Models sparen sich hier direkt ein bisschen Geld. Die haben natürlich die Bombe gelegt. Und das heißt, da wird nächste Runde direkt reingekauft. Muss man erstmal auf die AWP verzichten. Aber wiederum kann man natürlich die Aspekte setzen. Gut mit den Rifles. Theoretisch ist man dann ja auch im Vorteil, weil der Gegner nicht direkt dazu, ja, in der Lage ist, komplett abzukreden. Theoretisch könnte er als Werber ein kompletter Money Waste. Das heißt, das können die Models natürlich auch zu ihrem Vorteil ausnutzen. Die dann erstmal hier mit UMP arbeiten müssen. Aber Lukas macht das Ganze jetzt erstmal auf. Destiny macht dabei unglaublichen Schaden. Holt sich hier das 3K. Will da noch mehr haben. Macht den vierten. Und das reicht. PKL da noch mit dem Backup. Schönes vier Kader von Destiny. Da rennen sie alle rein. Klar, keine Kevlar vorhanden. Aber am Ende reicht das hier. Da sehen wir auch nochmal die PGL-Logos oben. Sehr cool. So, natürlich würde mich auch eure Meinung per Twitter interessieren, was ihr vom neuen Hut haltet. Da können wir gerne eine kleine Diskussion führen. Was man vielleicht besser machen kann, könnte man das vielleicht auch als kleines Feedback bei der PGL abgeben. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt, würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen. So, und jetzt ist natürlich der Vorteil bei den Immortals. Die mussten halt kaum Waffen abgeben. Sind weiter mit zwei UMPs hier ausgestattet. Und wir sehen erstmal bei den Immortals hier komplettes Akkabel. Jeder hat eine Nade dabei. Guck mal, verliert jetzt erstmal hier. Boles ja alleine versucht, vor B hier die Information zu bekommen. Irgendwie auf den First Pick zu gehen. Natürlich jetzt mal ein Riesenvorteil hier für die Brasilianer. Destiny zwischenzeitlich hier gefallen. Also den Spieler in der Mitte verliert man hier direkt. Kann damit direkt wieder die Puttsituation einleiten. Man kommt sogar an die AK dran. Damit kann man den Waffennachteil hier auch ausgleichen. Und jetzt ist es halt Jell, der hier alleine Richtung Toilette steht. Und die Smoke fadet. Und da geht man einen Ticken zu unvorsichtlich rum. Und Jell macht auch direkt den zweiten. Also komplett die Kontrolle Richtung Toilette zurückbekommen. Die Bombe ist getroppt. Und KNG muss jetzt hier allein mit seinem Mate den Spot aufmachen. Das ist natürlich Worst Case hier für die Immortals. Die verlieren halt die beiden Spieler, die versuchen wollen da durchzukommen. Da hat man ein bisschen die Smoke unterschätzt, die da in dem Moment gefadet ist. Und man macht halt mit drei Leuten die Bombe dicht. Keine Chance eigentlich für Lukas da irgendwas zu machen. Das hätte man auch theoretisch zusammen ausspielen können. KNG will jetzt erstmal versuchen sich das Ganze aufzumachen. Dann gibt es hier von SHC. Gibt es hier direkt ins Gesicht. Kommt da direkt gut in den Backstep rein. 3 zu 0 für Luminosity. Und damit geht es jetzt erstmal für die Immortals wieder in die Roku. Mit ein bisschen Pistole. Also man kauft auch 2.000 runter. Und Luminosity mit einer sehr guten Chance hier einfach wieder gegen zu halten. Steht mit drei Leuten Richtung B bereit. Versucht einfach mit zwei Leuten die Toilette zu halten. Auch viel Information hier zu gehen mit den Jumps. So, und jetzt heißt es hier Abfahrt. Irgendwo die Eröffnung zu finden. VB scheitert man da jetzt erstmal. So kann ich den Raum hier gut bei Luminosity halten. Man baut es sehr, sehr langsam auf. Man kann das natürlich auch dazu nutzen, sich abzusprechen. Langsam die Räume einzunehmen. Zu überlegen, was der Gegner denn hier vorhat. Beziehungsweise wieder auf Informationssuche zu gehen. Irgendwo ganz, ganz, ganz vorsichtig auf die Pics. Und da ist Destiny direkt an eurem Stell. Hat den zweiten Spieler ganz kurz gesehen. Kann ihn damit auch callen. Man weiß eigentlich jetzt in welche Richtung es geht. Und das ist zu leicht für Destiny. Da läuft man einfach rein. Luminosity kann sich damit hier das 4 zu 0 holen. Und ja, für die Mortals heißt es hier, die nächste Runde hier einzuleiten. Und Henni jetzt hier mit der AWP. So, da sehen wir das Ding nochmal hier von Destiny. Hat er noch ganz, ganz kurz gesehen. Da das Ärmchen. Geht nochmal in den Reload rein und räumt dann hier den Rest ab. Sieht den Spieler durch die Smoke springen. Ja, und das Ding ist zu durch hier. Die Flash kam ein bisschen zu spät da. Da war Destiny schon fertig mit allem. Und man verzichtet jetzt mal mit Luminosity hier auf die AWP. Braucht man jetzt auch nicht so wirklich, weil man natürlich hier noch gut Rifle Equipment hat. Braucht man nichts wegzuschmeißen. Und Henni jetzt an der AWP. Mal schauen. Hat auch keine Käse. Das heißt die Glaser-AWP hier am Start. Und Yael, der räumt hier gut auf. Yael ist hier gerade ein absolutes Tier. Auch eben schon gezeigt, dass er hier seine Performance heute abrufen kann. Und das nutzt jetzt Stil hier Richtung Park vorzukommen. Man verliert halt direkt diese Kontrolle um Underground und zieht sich direkt Richtung Spot zurück. Yael nur noch mit 7 HP. Vorteil ist aber trotzdem hier bei Luminosity, die halt wie gesagt mit dieser Connector-Kontrolle oder Underground-Kontrolle direkt eigentlich das Spiel fast für sich entschieden haben in der Runde. Weil auch bei Immortals fast kein Equipment verfügbar ist. Sie haben zwei Molotows, eine Smoke, zwei Flashbangs. Und damit müssen sie jetzt arbeiten. Und das ist eindeutig zu wenig Equipment, um irgendwas auszuspielen. Sie können halt eine Smoke werfen, um einen Chokepoint abzusmoken. Und da müssen sie aufpassen, da ist Stil schon ziemlich weit nach vorne. Und sie müssen sich jetzt einfach gemeinsam ausspielen. Also der Vorteil wieder bei Luminosity. Und das ist... Kein guter Start hier für Immortals. Da hat mir auch so ein bisschen die Flash unten im Connector gefehlt, wo man da einfach rumgezogen ist. Und jetzt geht es Richtung Spot rauf und PKL hält das sauber. Und das könnte die Flawless werden, PKL. Geht auf die Information, der ist aber mutig da. Aber Handy wird da komplett überrascht. Und das ist die Runde Nummer 5 für Luminosity. Flawless Round. Und Immortals wirken gerade hier wie aufgeschreckte Hühner. Ich glaube, sie haben noch nicht so wirklich hier in die Map auf Overpass reingefunden. So, da sehen wir nochmal das Ding hier von PKL. Ja, das ist auch sauber geahmt. Und dann der Sprung hier. Und ja, Handy ist da komplett überfordert in der Situation. Hat die Waffe nicht draußen, will sich eigentlich zurückziehen, die Waffe safen. Natürlich in einem langsamen Endentempo und will ihn dann mit der AWP töten und kommt dann nicht mehr pünktlich drauf. So, auf jeden Fall Force By bei den Immortals, voller Loser-Bonus. Und man geht hier auf 2x AK. Handy spart sich so ein bisschen Geld. Das gleiche gilt für Steel. Könnte auch wieder hier auf die Doppel-AWP ausgehen. So, und Jell ist bei mir mit der AWP. Und Lukas macht das Ganze auf. Diesmal auch SHC da erfolgreich. Und das Pillar wird da gesehen. Und Steel macht weiterhin das Ganze auf. Also, Spot kann eingenommen werden. Diesmal offensiv und kompakt hier Richtung B. Und damit erfolgreich. Aber Jell immer noch an der AWP. Und der ist brandgefährlich. Hat den Spieler am Pillar da gesehen. Da kommt jetzt der Molotow geflogen. Der Mitspieler schon zwischenzeitlich Richtung Wasser. Der Molotow fliegt einen Ticken zu weit. Schmeißt jetzt hier die Support-Flash. Oh, die macht sogar ein bisschen blind. Die zweite kommt rein. Dadurch kommt er hier so ein Windu raus. Und das ist doch mal die Retake-Situation. Jell findet den ersten. Schießt am zweiten vorbei. Und das sind 2 gegen 1 Situation. Und Steel rettet hier den Tag. Holt die erste Runde für die Immortals. Jetzt wiederum ist das natürlich der Money-Reset. Geld ist natürlich bei Luminoset hier noch gut vorhanden. Aber sie müssen ordentlich nachkaufen. Aber mit dem Equipment, was sie zur Verfügung hatten, eigentlich eine gute Runde hier. Für die Jungs von Immortals. Viel Schaden gemacht. Aber trotzdem Geldtechnisch. Kann man sich natürlich nicht wirklich ein gutes Geldpolster anlegen. Muss über eine Waffe rüber droppen. Und damit kann Luminoset weiter einfach das Zepter hier in der Hand halten. Oh, da will man wieder umziehen. Und Jell verschießt. Sieht man einfach ziemlich viel reingerannt. Lukas zieht da einfach rum. Und man kommt an die AWP ran. Damit liegt Doppel-AWP. So ein Bolz räumt da VB auf. So, jetzt gibt man das Spiel so ein bisschen in der Runde aus der Hand. Also bleibt weiterhin bei diesem offensiveren Setup bei Luminoset. Was ja die Runden davor ziemlich gut geklappt hat. Um einfach dieses Aufbauspiel und dieses schnelle Tempo für den Immortals da zu stören. Hat diesmal nicht geklappt. Also, die AK findet ihren Weg. Und die AK kann den Spot eröffnen. Ja, Jell versucht dann mal nachzugehen. Hat dann nur den Anschluss bekommen. Hätten natürlich auch anders aussehen können in der Situation. So, und es geht direkt auf sich weiter. Und jetzt will man das Ganze Richtung Mitte anspielen. Henni kann da zwar den Mord-Off-Kill setzen. Und Steel hält da den Rücken frei. Also man kriegt diese Mittelkontrolle wieder zurück. Geht da jetzt erstmal als Gewinner raus. Und da versucht man jetzt vor der Smoke zu warten. Oh, da macht man nur den Anschluss. Destiny kann da auch den Frack nicht setzen. Und Steel versucht einfach hinterher. Da kennt er gar nichts. Ist natürlich für Destiny eine aussichtslose Lage da rauszukommen. Und jetzt ist er ein Showtime. Mal schauen, was er da machen kann. Das war gegen vier Situationen. Also das Duell hier in der Mitte verloren. Jeder muss sich jetzt um einen Spot kümmern. Vielleicht kann der SHC ja noch ein bisschen was machen. Setzt den Headshot. Aber der Refrag kommt hier auch direkt. Ja, die Doppel-AWP erfolgreich bei den Immortals. Und damit liegt es ihm noch an Showtime. Hat noch gute Equipment, dass er einsetzen kann. Zwar kein Death-Kit dabei. Aber auf jeden Fall hier machbar. Aber da wartet schon kein Geh. Ape da ab. Und die Immortals holen sich hier Runde Nummer 3. Damit den Anschluss gefunden. Und Luminosity hat kein Geld mehr. Also zweimal die Offensive sucht. Zweimal die Duelle hier verloren. Und damit den Immortals natürlich auch ein bisschen Luft gegeben. Hier den Anschluss zu finden. Also hier kämpft Offensive gegen Offensive. Da sehen wir nochmal das gute Replay hier. Das finde ich eigentlich cool, dass man direkt beide gegenüber setzt. Sehr coole Idee auf jeden Fall. Und man versucht es jetzt hier in der Eco, beziehungsweise mit Pistols. Kauft natürlich ein bisschen runter. Loser-Bonus ist da. Das heißt, man kann nächste Runde wieder kaufen. Kauft auf ca. 2200, 2500 runter. Und damit kann man hier eigentlich ganz gut versuchen, einfach mit einem Stack Richtung Sumpf, beziehungsweise Richtung Connector, ja, für die Überraschung zu sorgen. Was wiederum sehr gut ist, weil man Richtung Sumpf supporten kann. Und man kann Richtung Connector supporten. Was hier auf jeden Fall eine tödliche Mischung ist. Aber den Immortals sollte es langsam und sicher klar sein, weil sie bisher eigentlich keinen Kontakt haben. Es kann eigentlich nur irgendwo ein Stack sein. Alles andere wäre irgendwie sinnfrei in der Runde. So, und dann bekommt man auch Spieler Nummer 1, versucht direkt hinterher zu pushen, um da irgendwie Bolts rauszubekommen. Das klappt hier an die AK dran zu kommen. Und damit 3 gegen 3-Situation-Skill hat aber schon das Ganze hier eingenommen. Und man bekommt es gut unter Kontrolle. Nimmt hier die AK von Destiny ab. Und damit ist nur noch SSC. SHC. Der hier versucht, irgendwo nochmal einen Frag zu setzen. Klappt aber nicht. Lukas ist da bereit zum Töten. Damit nächste Waffenrunde. Ein bisschen Schaden konnte man machen. Geld dadurch einsacken. Und für die Immortals geht es hier munter, fröhlich weiter. Ja, ein bisschen Geldpolster konnte man sich ja auch ansammeln. Und ich bin mal gespannt, ob Luminosity jetzt so ein bisschen mal das Gas hier rausnimmt. Und es soll schnell Richtung Weg gehen. Also wieder ein offensierter Push. Und damit ist mal erfolgreich, das hat Luminosity wieder nicht unter Kontrolle bekommen. Also die Immortals weiterhin mit sehr viel kompakter Offensivier unterwegs. Das scheint das Erfolgsrezept hier zu sein. Diesmal kein wirklich offensiver Aufbau hier von den Jungs von Luminosity. Einfach ein ganz normales Kreuzfeuer Richtung B. Und das wird einfach überrannt. Und jetzt kommt hier auch die taktische Pause. Und die wird auch nötig sein. Damit man da einfach wieder ein bisschen runterkommt. Weil das war zu leicht für die Immortals. Man wird ein Spieler, Reflex sitzen. Und Yel und Destiny viel zu weit weg. Also Predic geht nicht so ganz auf wie Immortals. Zieht einfach ihr Spiel, was sie auf Cash schon gespielt haben. Einfach hier wieder durch. Die versuchen einfach weiterhin Vollgas zu geben. Und das scheint hier wohl auch zu funktionieren. Und das scheint hier wohl auch zu funktionieren. Und es ist natürlich BO1. Und der Gewinner dieses Matchups ist natürlich direkt qualifiziert für den Slot. Und das kann interessant werden. Also Immortals ist natürlich hier der Favorit auf dem Platz. Luminosity hat einen sehr sehr guten Start jetzt gehabt. Und wiederum haben sie gerade ein bisschen Probleme gegen das offensive Aufbauspiel hier von Immortals gegenzuhalten. Trotz Doppel-AWP hat man halt einen sehr schnellen Aufbau hier bei Immortals. Und das finde ich beeindruckend. Einfach diesen Flow einfach durchlaufen lassen. Und dann kommen halt so Dinge auch rein, wo Yel absolut gar nichts machen kann. Und er kriegt direkt ins Gesicht geschossen. Damit der KNG hier das Ganze noch unten frei findet. Jetzt findet den zweiten da Richtung Connector. Ja und jetzt fällt das Ganze hier bei Luminosity wie ein Kartenhaus zusammen. Es ist nur noch SHC und PKL. Und das Aiming sitzt einfach bei Immortals. Man sieht es gerade nach dem schwachen Start, mit dem man hier angefangen hat. Die Immortals halt aimtechnisch hier super gut unterwegs. Nur Nosti hat er gerade ziemlich mit zu kämpfen. Ja und das war's. So und damit geht es auch direkt weiter. Also die Immortals gehen jetzt in Führung. Nosti muss sich natürlich irgendwas Neues überlegen. Das wird jetzt in der Runde hier passieren. Und sie versuchen sich jetzt beide hier eher etwas offensiver Richtung B zu spielen. Um dann Gegner direkt abzublocken und auf Information zu kommen. Oh was ein Ding von Henni. Sehr schön da rausgenommen. Also er ist on point mit der AWP. Connector hier vollständig eingenommen. Das ist wieder viel Map-Kontrolle. Die Immortals hier ausspielen kann. Und wieder der First Pick. Und Luminosti steht wieder mit dem Rücken gegen die Wand. Und ja jetzt heißt es bei den Immortals. Die haben noch eine Minute Zeit. Und Luminosti brauchen erstmal nicht wirklich zu reagieren. Die müssen einfach nur abwarten und hoffen, dass sie irgendwo über gutes Positionen das Ganze ausspielen können. So da kommt noch ein bisschen Fake hier Richtung A-Spot. Beziehungsweise Richtung Toilette. Dadurch versucht man natürlich beide Spieler festzuhalten da oben. Man teilt sich auch. Zwei über kurz, drei über Monster. Und dann wird man hier versuchen gleichwohl durchzugehen. Das sind noch 36 Sekunden. Also man lässt sich sehr viel Zeit. Vielleicht kommt rein. Showtime mit einem guten Positionen. Mit den ersten raus. Und da steht man zu zweiter und bereit. Kreuzvoll decken. Muss natürlich das auf den Rücken achten. Der eine Spieler kommt da zwar nochmal Richtung Monster durch. Aber da wartet auch schon die Überraschung nach der Smoke. Steht da immer noch einer bereit. Zwei gegen eins. Situation 20 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt liegt es an Destiny. Schmeißt die Smoke Flashbang und versucht durchzukommen. Dann setzt die Bolster das Gesicht des Todes. Und damit die Runde dicht. Also die Mortals nach dem schwachen Start doch hier aimtechnisch unglaublich gut unterwegs. Nur mit Aussie konnte das fast über gutes Positioning ja ausspielen. Und da sehen wir nochmal hier den Hedge... äh den Schuss. Und da ist einfach drauf. Keine Chance für PKL da irgendwas zu machen. Penny hier. An Ort und Stelle. Und jetzt sehen wir den Force bei Luminosity. Die haben jetzt die Schnauze voll. Versuchen jetzt hier offensiv gegenzuhalten. Also da noch ein bisschen das Ganze zu erhöhen. Aber Yel steht da komplett allein. Der kriegt zwar den Support. Aber der ist da vorne aufgeschmissen. Da kommt zwar eine Support Flash. Kriegt aber nicht mit. Oder wurde da ein bisschen überrascht. Dass die Mortals da ziemlich schnell Richtung Playground aufgebaut haben. Und das war ein bisschen gewastet meiner Meinung nach. Also die Mortals lassen sich da ziemlich leicht rauspicken. Hier genau das gleiche. Aber der Refrag kommt. Trotzdem 3 gegen 2 Situation. Also kommt nochmal den Connector da gut unter Kontrolle. Aber am Ende ist es hier halt der Nachteil. Vielleicht ein bisschen zu fahrlässig da richtig müde gearbeitet. Und die UMP hier auch nicht erfolgreich. Aber das ist nur noch Destiny im 3 gegen 1. Bombe braucht noch ein bisschen, bis sie da rüber geschoben ist. So, Destiny hier nochmal erfolgreich hat noch 19 HP. Jetzt ist natürlich die Überlegung, will man die Waffe safen? Oder will man hier versuchen, das Ganze nochmal auszuspielen? Ich denke mal, er will die Waffe safen. Er hat noch eine Flashbang dabei. Kevlar. Damit kann er arbeiten. Was mir gerade auffällt. Gerade auch beim Hut die ganze Zeit sind. Das sieht aus vom Viewmodel von den Waffen wie meins. Was ich zum privaten Spielen nehme. Tja, da hat einer Geschmack. Auf jeden Fall. Oder zumindest hatte ich es mal so. Sieht auch ein bisschen aus, wie mein aktuelles. Sieht aber wirklich sehr, sehr ähnlich aus, wie mein Viewmodel, was ich mal zum Zocken hatte. Oder jetzt zum Zocken habe. So ein bisschen nach vorne. Ich finde das eigentlich sehr, sehr cool. Ja, was will Luminos City machen? Die geben langsam aber sicher das Game hier aus der Hand. Jetzt nochmal mehr als genug Geld, um hier reinzukaufen. Liegt auch daran, dass sie natürlich hier den Loser-Bonus haben. Ja, und der ist stetig gestiegen. Und der ist jetzt auf Anschlag. Sieben Runden in Folge verloren. Und es soll Richtung Mitte gehen. So, da ist der Kameramann etwas betrunken. Aber sehr schöne Kameraperspektive. Und man nimmt jetzt hier gemeinsam den Play-Komper. Die Frack kommt ja, aber man verliert wieder das Duell hier Richtung Mitte. Also, wieder kein guter Start hier für Luminosity. Steal nur auf 30 HP runtergeschossen. Damit wieder im Nachteil. Ja, sieht gut aus für die Immortals. Sieht sehr gut aus. Luminosity findet irgendwie auch kein Bein auf die Map. Die haben zwar Waffen und dann zieht genau in dem Moment, ziehen die Immortals das Tempo an. Überraschen Luminosity oder Luminosity versucht mit einem Offensiv-Push irgendwie Gegenkontrolle zu bekommen. Und damit haben sie ein riesen Problem, weil die Immortals dann halt die Duelle gewinnen. Und so gehen sie halt wieder in den Vorteil. Und da findet KNG auch Spieler Nummer 1. Richtung B. So, Showtime war da schon über alle Berge. Das heißt, der konnte nicht auf Free Shrek gehen. Der muss jetzt auf seinen Mate warten. Und was will man jetzt machen? Will man die Waffen nochmal durchspringen für die letzte Runde? Wäre eine Alternative. So, hier gibt er nochmal das Backup. Man hat nämlich noch eine AWP dabei. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu riskieren. Da nochmal irgendwas rauszuholen. Ja, und die Immortals könnten eigentlich auf die Jagd gehen. Also die haben halt einen perfekten Windstreak dahingelegt. Und meiner Meinung nach, das ist auch taktlich sehr gut gespielt. Eigentlich genau richtig auf das Spiel von Luminosity. Wie reagiert, dass man halt versucht, genau in den richtigen Situationen halt, oder beziehungsweise genau in den richtigen Punkten, wo halt Luminosity versucht, immer die Raumkontrolle zu bekommen. Und zwar Richtung Mitte die Duelle zu suchen und ihre Aimstärke auszuspielen. Die meiner Meinung nach bei den Immortals, ja, auf jeden Fall im Vorteil ist. Damit das 5 zu 9. Vielleicht nochmal die letzte Runde hier für Luminosity. Ja, 5 Runden ist kein gutes Ergebnis auf Overpass. Nein, da müssen es eigentlich schon 7 Runden sein. Wenn nicht sogar 9. So haben sie halt eine harte Seite, auf der sie kämpfen müssen gleich. Und die Immortals, ja, die können ganz entspannt ins Spiel starten. Was wiederum natürlich auch nicht auf die Leiche Schulter genommen werden darf. Man hat gesehen, wie Energy mit einer, ja, gewonnenen Pistol und auch wieder das Comeback starten kann. Mal gucken. Jel sollte das gehört haben, der wartet auch direkt ab. Man versucht wieder mit der Doppel-HWP das Ganze hier aufzumachen. Also die Zeit, die ist man aber schon über alle Berge. Also wartet da an der Ecke, der Schuss wird verschossen. Und das darf eigentlich nicht passieren. Also den hätte er 100 pro eigentlich haben müssen. Da wird wieder der Vorteil für die Immortals. Und sie müssen jetzt eigentlich wieder ein K rausbekommen, das übernimmt hier Lukas. Damit ist nur noch SHC mit 28 mickigen HP. Und das sieht nach der guten Hälfte hier für die Immortals aus. Ja, 10 Runden ist doch ein solides Ergebnis, was man hier auf Overpass. abgeliefert hat. Jill hat ihn da gehört. So, der bekommt ihn auch. Zweiten setzt er den Anschluss. Da hätte man eigentlich vorher schon den Frack haben müssen. Also direkt eigentlich den Refrag. Damit die Mortals dann nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. So, und damit starten wir in die zweite Hälfte. 5 zu 10. Luminosity muss jetzt hier auf der T-Seite überzeugen. Schauen, ob ihm das gelingt. Wer weiß. Die Mortals präsentieren sich gerade auf jeden Fall. Aim-technisch hier auf jeden Fall. eine gute Klasse besser. So, Luminosity hier aber sehr pistolstark auch gezeigt. Und es soll Richtung B gehen. So, man hat da eigentlich eine ziemlich schnelle Rotation mit Bowles. Oh, und das ist ein guter Frack von Lukas. Der war mega wichtig. Jetzt versuchen wir das Ganze über kurz aufzumachen. Lukas macht da zusammen mit Henni dicht. Kommt da zwar nochmal den Frack, aber da ist die schnelle Rotation von Bowles, die hier das Todesurteil für Luminosity ist. Und das war gut gemacht von Lukas und Henni. Und dann kommt halt Bowles im perfekten Moment da unten Richtung Connector, nachdem man den Contact hatte. Und damit kann man hier auch die Pistol gewinnen. 5 zu 11. Ja, Immortals gehen dadurch erst mal in den Vorteil. Luminosity wird jetzt hier in den Forceball gehen. Mal schauen, ob sie damit vielleicht erfolgreich sind. Oh, Henni nur auf Information und sein Mate zieht sich jetzt mit ihm gemeinsam da zurück. Also, nachdem man da ein bisschen was... Nachdem da ein bisschen was entgegengekommen ist, will man auch direkt das Ganze vom Spot decken. Eigentlich logische Konsequenz, weil man weiß, dass der Gegner hier reingeforst hat. Sollte er es eigentlich mitbekommen haben. Ja, und so verteilt man das Ganze halt vom Spot. So, schöner Molotov. K.K.L. kommt da gerade noch mit dem Leben davon. Kann sich damit zu zweit hier erst mal Richtung Toilette drauf konzentrieren, indem der eine Spieler hochgezogen ist. Kann man das auch zu zweit machen. Also dritt hier den A-Spot abgeploppt. Bombe zieht hier Richtung B. Und ich weiß nicht, man könnte jetzt die Tension Richtung A ziehen, die Bombe dann nochmal rüberschieben, beziehungsweise die Bombe über Monster rauszubringen. Und man bohrt jetzt den Tower. Man rechnet wirklich damit, dass man hier vielleicht nochmal zurückrotiert. Damit können sie gar nicht so falsch liegen. Ah, was müssen wir jetzt versuchen? Will man die Bombe echt Richtung A nochmal bringen? Man versucht halt echt die Toilette einfach abzublocken im Kreuzfeuer, aber das lässt Bowls nicht mit sich machen. Oh, das wird gut werden für Bowls. Oh, der hat es einfach zu leicht, da die Fracks zu setzen. So, PKL Richtung Lang. Hier gegen 1. Mal gucken, ob er hier mit der Tech-9 nochmal eskalieren kann. Ja, Headshot gibt es nochmal, aber Steel lässt sich da nicht wumpen. 13 AP. Runde überlebt. 5 zu 12. Ja, doch ein sehr einseitiges Spiel gewonnen. Numenos City hat einen sehr, sehr guten Start gehabt, aber was Immortals jetzt präsentiert hier, ist auf jeden Fall eine Schippe besser. Jetzt lässt man sich hier so ein bisschen auseinandernehmen in der Mitte. Also, die Flash ganz war gut zum Support, hat die aber nicht wirklich viel gebracht. Außer, dass man jetzt hier eine Waffe verloren hat und ein Spiel auf 25 AP runtergeschossen hat und einen rausgekriegt. So, aber sind trotzdem Vorteile. Man hat natürlich bei Numenos City nicht wirklich viel Equipment. Ein bisschen Pistole-Stil ist da von hinten schon durchgesneakt. Und das ist seine Chance, jetzt einfach von hinten das Feld aufzuräumen. Boah, Jack da. So, Pseudomisch die Eckebombe rausgenommen. Damit auch die Bombe safe. Und er pusht einfach durch. Er pusht einfach durch und da holt er sich den ersten. Handy mal kümmert sich um den zweiten. Zu einfache Runde für Immortals. Nur, dass Steel lässt ja komplett in der Mitte festfahren. Und das heißt, für die Immortals sollte man das hier hochgewinnen, hat man sich eigentlich sehr souverän in die Playoffs hier gekämpft. So, da wird noch im Chat gefragt, was dieses Corporal-Symbol ist. Das ist der Team-Captain. Oder Im-Game-Leader oder wie man es auch immer nennen mag. Also, der führt das Team an, der bekommt das Corporal-Abzeichen und Handy darf jetzt erstmal hier den Frack machen. Also, der darf den Scout in seinem Team spielen. Eigentlich eine sehr coole Idee, um da einfach ein bisschen die Übersicht zu behalten, wer dann am Ende hier den In-Game-Leader spielen darf. Oder beziehungsweise einfach den Team-Captain. Im Endeffekt ist das dann der In-Game-Leader auch. In allen Fällen fast. Ja. Aber Immortals wieder im Vorteil. Das ist zu leicht. Das ist zu leicht. Destiny bekommt da zwar noch einen, aber sein Team wird hier langsam und sicher dezimiert. Ich weiß auch, dass einer noch im Connector steht. Ist da einfach im Vorteil. KNG wartet halt einfach drauf, dass Destiny hier durchgeht. Steel hält ihm da den Rücken frei. Also, es ist schon... Nach dem starken... Ja, nach dem starken Start, den Luminosity da hingelegt hat, hatte ich ja gute Hoffnung, dass das eine spannende Partie wird. Aber die Immortals lassen sich ab Runde... 10 eigentlich nicht mehr in die Karten spielen. Und wenn wir das einfach mal als... als... als Vergleich nehmen. Luminosity hat es geschafft, fünf Runden am Anfang zu holen und seitdem sind sie auf einer Durststrecke und haben jede Runde verloren. Jede einzelne Runde danach verloren. 5-0 geführt Und die Morte haben keine Runde mehr abgegeben. Ja, was müssen wir mal bei Luminosity machen. Wird gerade so ein bisschen ratlos. Meiner Meinung nach weiß man nicht so wirklich, was man versuchen soll. So, Immortals sind auch confident genug. Die... versuchen einfach auch ein bisschen auf Informationsspiel zu gehen. Das zahlt sich jetzt hier nicht aus. Ich brauche ewig lang da den Frack zu machen. Ja, so wird das nix. Mit dem Comeback. Und kein G, der muss raus. Luminosity bekommt trotzdem den Frack. Die Flash kommt ein Ticken zu spät. Nochmal die zweite Flash, die kam gut. Und jetzt heißt es hier an Lukas. Na, der ist gefallen. Der kümmert sich da drum. Aber die Bombe kann geplantet werden. 3 gegen 1 Situation. Also sie können es wieder abhalten. Luminosity meiner Meinung nach einfach mit der Situation komplett überfordert gerade. Und die finden auch nicht so wirklich hier mehr ins Spiel rein. Also, fünf Runden gewonnen und danach alle Runden verloren. Das spricht natürlich auch so ein bisschen für sich. Und damit werden wir sie wohl im Lower Bracket Finale sehen. Äh, im Consolation Finale. Also da geht es dann gegen Energy oder Complexity ran. Und das natürlich ab 3 Uhr dann heute noch. Also wir haben heute noch volles Programm, wenn es darum geht, hier Counter-Strike-Technik alles zu zeigen, was es zu zeigen gibt heute. Holt ruhig alle ran, die ihr kennt, die gerne Counter-Strike sehen. Chillt euch auf die Couch. Genießt das heute. Bisschen NA-Counter-Strike. Und ich finde Immortals meiner Meinung nach noch eines der besseren Beispiele, wie man Counter-Strike hier spielt. Das klappt halt sehr, sehr gut. Mir gefällt dieses offensive Spiel da von denen. Und bei Luminosity ist das zurzeit einfach hier absolut gar nichts, was wir bisher gesehen haben. So, Lukas bekommt es auch ziemlich leicht. Wege noch Handy mit der AWP wieder erfolgreich. Schade, dass da Jell nicht so wirklich seinen Impact mit der AWP setzen konnte bisher. Eine Runde oder zwei Runden mal die AWP gehabt, aber ansonsten halt nie Geld. Und das heißt, er muss hauptsächlich halt auf der Rifle spielen. So. L. Hier ist 5 gegen 1. Holst den ersten. Dann nehmen wir mal das Comeback starten. Nein! Das schafft er nicht. Damit GG well played. Ja, man sieht es hier nochmal. Fünf Runden. Für Luminosity auf der oder die ersten fünf Runden geholt, aber danach war es dann zu Ende. Da gab es nichts mehr für sie. Und man muss sagen, dann Immortals halt mit einem Mega Run. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ähm Jell nicht wirklich nicht mehr so ein bisschen wir gehen. Vielen Dank.